Ich habe einige Fragen, Männer. Ihr wisst ja, heute Champions League, Aze Mailand gegen Inter Mailand. Das Spiel ist ja heim, bei Mailand. Aber Mailand und Inter Mailand teilen sich doch das selbe Stadion. Das Stadion von Inter und das Stadion von Aze Mailand. Aber was ist das denn jetzt? Ist das auswärts für Inter Mailand oder auch ein Heimspiel? Diese Frage geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Das ist ja eigentlich kein Auswärtsspiel. Ich denke mal eher, das ist ein Heimspiel für beide heute. Dieses Rückspiel ist voll unnötig. Macht einfach morgen, den müsst ihr eh nicht fahren.